Das könnt ihr leider gerade nicht sehen. Ich spiele gerade in SteamVR und bin ich gerade im Hauptmenü drinne, hier. Und da sieht man die Quest-Controller. Obwohl ich eigentlich keine Quest habe. Geil. OVR-Tool-Cat ist angeschaltet. Überlogisch. Tut mir leid, aber ich werde demnächst noch SteamVR hinzufügen. Boah, das sieht mit den Quest-Controllern hier dran einfach zu geil aus. Ich bin noch oft genug gecrasht heute. So, jetzt gehe ich rein im VR-Chat. Und wenn ich nochmal crashe, game over, baby. So, jetzt gehe ich rein. So, jetzt gehe ich rein. . . Untertitelung des ZDF, 2020